so leute heute genießen wir ein bisschen höhere bildung und aber dann herzliches willkommen zurück zu let's play es uns geht audiens wir machen wo die weiter ja wir wollen uns eigentlich dem nächsten der viele lucky holen das ist mir ist der plan dahinter weil den außenseiter haben und den nächsten möchte ich mir dann relativ bald organisieren ich brauche hilfe mal wieder mein dummer sohn hat meine opfergabe in seinem papier vergessen und mit ihm verloren ich kann mein öl ohne den sägen nicht verkaufen nein nicht verloren die wachen nahmen es diese papyrus ist mein leben diese wachen gehen zu weit da sind alle meine notizen drauf und sie warfen sie einfach auf ein boot ich werde mir das mal ansehen und ich werde den opfer finden wird er hin so höhere bildung so soll denn die papyrus haben segelverbot im südlichen hafen ich darf doch bestimmt und den schiff mal aussehen oder jetzt eigentlich dann müssen wir ein bisschen spatteln nicht ich vermute dass wir trotzdem wieder besuch kriegen dass wir sicherlich auch immer hilfe kriegen oder ich dachte wir kriegen jetzt noch besuch am schiff oder so was willst du denn jetzt von mir da oben so du bist schon meine hilfe hier oder das weiß ich darf ich immer das schiff ausleihen also du willst mir jetzt irgendwas die große sorge du machst mir ja auch welche großen probleme hier so ich muss um den schiff organisieren warte welches ist es denn das bist du das große hier vorne ja ne du bist das kleine schiff das kleine was hier vorne ist ich hätte das große ja ja das glaube ich ja weniger so das glaube ich ja weniger brauchen wir auch nicht und die opfergabe da werden sich die beiden aber freuen so bringen wir uns zurück ich rate das wird jetzt wahrscheinlich das einfachste werden die mission die Das ist mir eigentlich gerade egal. Ich glaube, es war jetzt eingeparkt gerade hier. Moin. Hab einfach Vertrauen in ihm. Er kommt zurecht. Quests abgeschlossen. Jo, höhere Bildung. Aber jetzt noch eine ganz kurze Folge war jetzt gerade mal. Ich muss mal gucken, ob wir noch irgendwo weitere Quests haben. Die war so ein bisschen... Also wahrscheinlich eher nicht, aber ich will jetzt ein bisschen... Wir machen es jetzt etwas anders. Was? Wir machen jetzt mal noch ein bisschen... Warum darf ich jetzt nicht an hin? Warum kann ich mein Reizchen gar nicht rufen? Jetzt. Ich will eigentlich gerne so ein bisschen... Jetzt gerade mal... Noch ein paar... Fernstehreisepunkte sammeln. Oder zumindest so 23 noch zu sammeln. Ja, interessiert mich gerade jetzt wenig. Tschüss. ich weiß nicht, da kommt bestimmt nicht zu, ne? natürlich nicht. Warte mal, da ist ein Stein, da könnte ich vielleicht hochklettern. So, da ist er, gepumpt. So, gut, dann haben wir das auch, den haben wir jetzt als nächstes, warte mal, ich muss sogar gucken, ob ich noch mehr finde. Ich würde jetzt gerne so ein bisschen, ich würde es gerne so ein bisschen mitnehmen. So, dann haben wir da noch den Punkt mit. Ich liebe dich. Hm? Ich guck's doch, das war eigentlich behauptsichtig. So, Szenes Wahrnehmung ein bisschen erweitert jetzt gerade. Dann reißen wir mal kurz nach Zeit. Hm? Okay. Aus dem Weg! Das war aber nicht mal die Absicht jetzt gerade. Ja, wir haben natürlich angeblich noch eine Quest auf dem, klar. Wir machen auch noch Quest, keine Sorge. Ich brauche nur gerade mal kurz diesen Punkt hier. So, Szenes Wahrnehmung hat die aktualisiert. So, warte mal, jetzt gucken wir gerade, ob wir noch was haben. Wir haben noch drei Scheine in dieser Ecke hier. So, ich hab noch ein bisschen was, äh, ein paar Sachen. Okay. Ich bin froh. nehmen wir mal ein anderes Reitier. Ach, da ist ja nichts, okay. Wo sie sich jetzt gerade das Ding nicht gesehen hat. So, okay. Dann machen wir mal einen kleinen Break. Und dann gucken wir mal, was wir in der nächsten Folge machen. Ich habe überhaupt irgendwas noch in die Mission. Irgendwas habe ich noch gerade so ein bisschen an die Mission hier. Ja, nicht, ne? Cyber Horde. Ach, hier sind noch mehr, ja, okay. Okay. Na ja, dann müssen wir wahrscheinlich wieder mal eine Hauptmission fähig sein. Richtig, irgendwas näher ich hier nicht, ne? So, dann machen wir als nächstes das verlorene Glück, würde ich sagen. Und dann freue ich mich, wie ihr wieder anschauen würdet. Hier bei Let's Play The Assassin's Creed Origins. Allesidenkar dessus raus. Linda combusts. Ich bin davon생raschend. Danke. Und du kannst du nicht meine ricke. Geht conversion fertil. 効 ey es. Ich bin doch gar nicht net. Ich bin aber das... Nein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017